ja und herzlich willkommen ich mache einfach und fragen die anmoderation wir sind hier bei ja da kommt es wir sind hier bei Let's Blade Hardcore ManCraft und E-Tech Sie können den Titel lesen ne können sie nicht wir sind alle Legastheniker so ja das ist schon der vierte Partie bei mir zu mir bei uns ist es glaube ich 7 oder so ne 35 oder also ich bisher so lustig äh ja ich weiß hey Rökel kann so irgendwas mit Kabel zum Bauen wir haben mehr als genug ja ja ich brauche was mit Kabel ist ja wir haben nämlich so viel Rökelhebberkollektetektions Thomas doch einmal ein bisschen leiser ich bin leiser Worte oh bei mir ist er nicht leistet besser besser ja halbiert recht zu hören Prozent was bringt sich das wenn du Kohle so rennt Duster kommt immer ein Kohl das draus ich weiß aber ich brauche das für etwas anderes ach so was wird zu machen Prozent ich gehe ein bisschen aufregeln auch Geld regt Newk 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 um die das natürlich nicht so cool wenn wir jetzt so besorgen wir haben ja nichts anderes Elektrik ein alt ist es scheiß viel Mabel ich wollte eine elektrische Fernseher er aber wir wollen was habe ich noch ein bisschen und ich habe noch 50 er will sie ihn eine Wiede der dort nicht ist er auch noch nicht anzunehmen mehr ja er wird grünen mit der gruppe okay hier sind wieder ganz wichtig gewesen um und es muss uns mal kurz ab an sich in der gruppe kann es nicht so schön bauen besser als ich ich weiß nicht ob du besser bauen kannst du so aber ich bin auch nicht so einer der immer schön baut ich gehe immer auf fahren und habe ich immer viel investiert und anfangen soll dann habe ich keine lusten und umplästchen das ist ein 1 4 4 immer angebende mich stimmt zauber ist viel zeug er hat wir haben ein bisschen ein Däumen hoch Bruch vorgab der Kräfte Euro das hat nicht L und aus dem Mann ist wieder echt laut ist verstehen sogar sehr gut wer hat dann sei jetzt einfach mal ein bisschen gut bin ich ein bisschen lauter und schreibe ja um mehr dann bescheuert noch fünf Minuten ist wieder ganz leise und er will Nein, 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 ich muss jetzt mal ein bisschen lauter sein die ganze Zeit. Das man auch ein bisschen, muss man eben lauter sein und so. Was hast du eigentlich für ein Mikro? Ich hab das Rude MT1A. Ist es ein teures gewesen? Das ist das, was Dena hat. Commanderkrieger. Wer hat es noch? War das teuer? Ja, das ist schon... Wie teuer war das denn? Ich weiß, ich muss mal gucken. Vitor, schätzt du mein Mikrofon an? 10 Franken. Oh nein, 1 Euro. Letzt ehrlich. Nein, ich weiß es nicht. Nein, was schätzt du? Ich kann nicht gut schätzen. Ich kann nicht gut schätzen. Ne, fang mit meiner Mocke. Nein, nicht zuerst. Na, bitte mal. Hey, ich hab zuerst gesagt, ja, aber meins ist bei mir zu überraschen Größer. Ne, dann ist es wahrscheinlich 4 Euro oder so etwas. Ne, äh, schon hier. Na, ich war bei mir so, alter, jetzt grüß erhört, du mich schätzt. Ich habe, nee, du, der hat die Fresse, du Homo. Na, halt halt die Fresse, du Homo. Na, halt halt die Fresse, du Homo. Alter... ...was geht mit dir? Du existiest, das ist das Problem. für dich Problem für den Rest der Welthilfe für was für die Steine oder was verwandten die Steine also was ging die Steine meine verwandten also nur was für die Zuschauer jetzt hier vom Pixelplayer wird Dissnos sehr gerne das wird sich ja Dissnos Leidenschaft wenn die mehr auf und sie wird abonnieren so achten sie haben gelobt ich habe eine Lektion für uns genommen dort ging es ich war es ich meister so besser auch doch da ich im eck geschwörter geschossen wird das nicht so schmerzhaft das ist das ist ja auch ein bisschen mehr laut wieder schreit verdammt der Scheiße oder sagen ich will an aber er kann nicht mehr sagen weil er sei es sei kurz bitte ist verraten nicht wie viel Schatz dort Mikro gekostet 50 Euro ich hatte ich habe sie durchgesagt ja ich habe aber die Qualität ist gar nicht zu schlecht oder und meins sein zu scheißen Hahahaha alter die Qualität ist vielleicht sogar ein bisschen besser als seine nein ich finde dann irgendwie kann sie das genauso wie dann Existenz der jetzt ist der kruppige Schocker ewige nicht wirklich aber mehr um jetzt will ich mir jetzt die Qualität X zu Prozent was schon wieder eine elektronische Köln ja dann macht doch ja dann ist der Köln zur Kürzge gemobbt ja nur der DL DL wird schon wieder aggressiv der der Ofen äh der Geo-Thema wieder aggressiv der Blinker der Bekommt da groß ich brauch wieder ist die Cuisine ich brauch genau 3 Rubber ja die Bäume haben eben wieder Rubber ich brauch grad voll den effizienten Weg ein Blockbrett das ist ja zu lieben zu betrachten ist irgendwas in die Kiste getan was sie sehen wieder aufgefüllt vielleicht die Hure ja mal an die der Niederstand die man nicht hört die hatte ich bisher auf dem Weg zu Kohl die Welt gibt es nicht mehr okay nun das weiß ich bin auf ja man hat ein Progut Held Zeck oder ja das ist ja okay dann sind nicht schon ein Digger schwer musste leise sein ich muss gerade ein Projekt und Blatt in der Masse größte Jürgen Zürmer von ganz Welt Ja, schwör. Ich will auch gleich scheiß an und von Sinner Bosz. Wie viele? Dias, Dias. Schwer? Ja. Willst du jetzt die Dias wie ein MFE-Spenden? Ja, was bringt sie da? Wir haben noch nicht beim Jetpack für was brauchen wir da nicht mehr viel. Na, ich nehme jetzt die Dias und Farbe, das ist die Dias und die Dias. Die Spitzacke für obstinieren. Mach ich jetzt hier direkt. Ihr habt doch schon eine Diaspitze gemacht, dachte ich. Nee, ich hab keine gemacht. Hast du eine gemacht? Ich dachte... Wer von euch hat jetzt eine schon gemacht? Ich hab keine gemacht. Ihr habt doch gesagt, der eine hat doch... Ja, ey, du hast gesagt, du hast eine gemacht. Ich hab keine gemacht. Du hast eine gemacht, du hast gesagt. Ja, ey. Ja, aber ich hab gesagt, ich hab dann doch keine gemacht. Alter, der hat der Schwärze recht. Ja, schau doch mal einfach in die Kiste, ob da eine ist. Ja, okay. Jetzt rastet der aus, jetzt rastet der. Wer? Du. Lass mich. Ja! Nein, ein Eisenmeer. Copy, 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 schleif. Oh. So. Oh, komm schon, komm schon. Komm schon. Komm schon. Nicht so schön aus. Was? Ich dachte schon, alter Mann, nee, wirklich. So. Das sollte so gehen. Falls ich mich nicht täusche, sollte das so gehen. Das sind wir, ne? So. Ja. Und ich hab noch einen Extractor. Alter, ich bin so produktiv, ganz ehrlich. Ja. Hab'n wir jetzt ein Tierspiel. Alter, ich hab grad ne geile Idee. Nein, wir haben noch keine Tierspiel. Ja, dann mach's. Ich hab grad ne geile Idee. Es ist sehr gefährlich, wenn wir da runterfallen, wo wir gerade, wo ihr gerade seid. Da können wir hier runterfallen und sterben. Wir könnten einfach da... Alter, okay, lass den mal ausreden. So ein Wurrensohn. Er hat die Kiste abgebaut. Wer? Die Money Turtle. Welche? Die Kiste, die wir geplaced haben. Was für ne Uhrle. Er hat sie abgebaut. Mich, ich hab ne Idee. Guck, wir haben ja hier ein riesiges Loch, wo wir auch unsere Päson drin haben. Und da kann man leicht reinfallen und sterben. Wir könnten einfach ne riesige Gassschicht drüber bauen. Dann mach das doch. Ja, ich baue hier grad mit Gas, was? So ein Hurensohn. Ganz ehrlich, wirklich so ein Hurensohn. Rund nicht ganz oder mehr auf die Dianer Born. Äh, vielleicht kommt das schon, warum ich bin grad beschäftigt. Da kommt er mal durch, baut die Kiste auf. Ein Mikro gekostet. Was? Wie viel hat denn Mikro gekostet? Meins? Schon noch viel. Ein Großmembraner. Mit, äh... Ja, wir wollen einfach wissen, wie viel es gekostet hat, okay. 300 Franken, das heißt, wie viel ist das etwa? Äh, äh, ich bin nicht, nur ein Kurs, nee, sie in Franken, nein. Äh, äh, eben wie 200 für die Gäste. Ja. Das sind die Lava. Das sind die Lava. Äh, kostet euch die PS4? Ja, die würde ich mir, glaub schon, die hole ich mir, glaub schon. Ich soll sie mir auch. So, jetzt, so lange. Ich weiß, ich bin potenzieller Xbox-Fan, aber die Xbox One wurde von der PS4 so geowned. Die Xbox One kauft sich hier keiner. Na ja, ich weiß nicht, ich bin so, ich, also ich fand die normal Xbox 360 viel geil als PS4. Das hat damit nichts zu tun, was die alte, mein Gott, ich will nicht noch mal sagen. Ja, nur weil du dauernd, weil ich immer deiner Meinung sein muss. Nein, nur weil es, weil einfach, du siehst doch einfach, dass das jetzt hier besser ist. Ja, aber nur weil die alte Besse ist, muss das neu sein. Ich habe ja auch nicht, ich habe ja gesagt, ich kaufe wahrscheinlich trotzdem die PS4, okay? Okay. Dann ist es, wer sagt, das wollte ich noch sagen, aber das hast du mich nicht ausreden lassen, also. Okay, 12, ups, nicht klar. Wir können uns gleich noch ein Zaubertisch tun, mal. Weil ich finde es geil, dass sie zuerst bei Sonic Sator haben, nee, also sie machen auch so, man kann keine Spiele mehr übergeben. Und bei Microsoft ist das jetzt nicht so ganz kompliziert mit dem Spiele weitergeben. Du erzählst das die Sachen, die gar nicht stimmen, also hör auf, weil sonst kommen wieder so Flamer unter dem Video. Nee, ich weiß aber jetzt schon mal nicht. Nichts mal, ich weiß nicht. Na, na ja, ich finde es halt geil, wie die dann im Livestream, dass du gemacht hast, weil eine gibt, die andere in die Schatten vom Spiele sind, in die Hand und dann so. So gibt es bei uns Spiele weiter alles kostet ein was zu viel war war so Koppelkehmer totes Verbrauch muss ein bisschen schneller gehen er kann ich schon bei der Wendeltreppe raufgehen Euro Prozent was war ein Nikolit wie dem Messfabrikator vielleicht so sehen wie es aber Nikolit findet man so viel so scheiße was braucht man so gut wie gar nicht ja das ist so crap sozusagen statt scrap kannst du dann Nikolit rein machen so nee für irgendwas habe ich Nikolit gebraucht und zwar relativ viel ähm für die Solanlage damals habe ich scheiß viel Nikolit gebraucht 9 für Sördung da habe ich schon aber nicht ein bisschen er das war ein Ticket am alten Ticket selber da musste man somit ein mit dem Mischofen bei Eisen und Nikolit Mischen da ist er nahm okay das ist auch ja das war so eine komische Essen Nikolit Mischung Prozent also Prozent und jetzt sie ist auch nicht klar aus und hat jemand das glas ist genommen der Kruppel die Rutsch man muss einen kleinen Traum zurückgemacht irgendwie jemand er hat er gut gemacht ist die Kanzzeit mit dieser das war ein stark die halben sachen sie ach so wie hast du ja der Weg gemacht warum also war mit dem Diamant gleich du kannst ja nicht so ja und ich kann dich kein Glas machen ich brauche jetzt Glas da okay ich gebe euch ein Worte ich finde es erhalten Sachen so hässlich ich fand die nur cool Prozent als ich meine Technik fertig hatte und dort in halben Prozent Marl Wicke Prozent nach draußen viel eigentlich nicht aber auch rechters also wie wir das immer ist und ich sagen wir beenden die Folge hier warte warte das ist das kraftliche zu mir noch zu Ende das bräuchte noch in der Mitte nein ein Generator Brot noch nur alles machen dass sie in den nächsten verheiratet okay also schon tschüss tschüss